Das ist das Production Nummer 8 mit der Gruppe Bluttart aus Mülheim, Mülheim. Diese Gruppe besteht aus folgenden Leuten. Ralf, der Drummer, aus Jörg, dem Gitarristen, aus Anja, der Sängerin, aus Uwe, dem Bassisten, ausliche Die Gruppe Bluttart aus Mülheim, aus Boyd Eben. Achtung in einer Runderteidigung, seit dem Acosta Mar Durch die Gruppe Blutart aus Mülheim Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik Gut gemacht Und gemacht Das war's. 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 Das war's.